Hey, das bist du. Wo gehst du? Hier ist ein Bus. Was machst du hier? Karten. Was ist Karten? Haufen. Wie zahlst du das? Haufen. Hat es gut geklappt? Ja. Und hier, was machst du? Ich rein im Bus. Okay. Hoppala, bist du drin? Ja, ich bin drin. Sventaler Straße. Oh, was ist das? Ich bin im Matplatz. Ich bin im Himmel. Ich bin im El. Gehen wir weiter? In der Stadt? Ja, ich will essen. Bist du alleine hier? Nein. Schöne Wetter. Ja. Das ist Limmat. Das ist aber schöne Blumen hier. Ganz schöne Blumen. Das auch. Schöne Wetter. Wie? So? Ja. Musst du das einschalten? Ja. Dann geht es das besser? Ja. Was ist das da? Was? Das bist du ein Schwan. Mamas und Babys. Wo gehen wir jetzt? Lärge. Wer ist herzig? Ja. Ja. Das ist wieder zurück berlimmert. Ziersee. Nächste Station ist? Burkli Platz. Das ist Burkli Platz. Das fahren wir jetzt bei der Bahnhofstrasse, oder? Ja. Ich bin im Kamm. Das ist der Bahnhof. Zürich Habe. Und jetzt geht's hoch. Wo bist du jetzt? Wo? Was kannst du jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Und? Nein. Was musst du jetzt machen? Ja. Wo bist du jetzt dran? Ja. Okay. Musst du zahlen? Ja, muss ich. Tschüss. 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 Tschüss.